Alles Gute zu 5 Jahre Elbkick TV. Von hier aus Hamburg bei Sonnigem Wetter. Lass es richtig krachen und ich hoffe, wir lernen uns mal kennen. Ich möchte die Leute natürlich mal sehen, die hinter dem Format stecken und über die Vereine berichten, die es wirklich wert sind. Bis dahin, alles Gute, Marcel Jansen.